. Raus durchs eigene Tor und rein in die Nachbarfirma. Hey, du! Hey, du, klingt für die Azubis heute ganz normal. He wie Hektronik, du für Dunker. Nachbarn, die sich lange misstrauisch beäugten. Die kleine Hektronik, die große Dunker. Ihre Produkte haben nichts miteinander zu tun, aber inzwischen ihre Ausbildung. Die haben sie verbunden. Die Hektronik-Azubis in roten Hemden, bei Dunker sind es blaue. Gelernt wird gemeinsam, mal hier, mal dort. Lysanne Bär wird Elektronikerin. Sie hat sich wegen dieser Kooperation beworben. Ich finde es super, einen anderen Einblick zu bekommen in andere Firmen, ohne dass man eine 2. Ausbildung starten muss. Hektronik hat lange Erfahrung mit Projektfertigung fürs Tanken und Parken. Bei der heutigen Fuhrparktechnik und Parkscheinautomaten dreht sich alles um Elektronik. Lauter Spezialprodukte also in kleiner Stückzahl. Ganz anders bei Dunkermotoren. Hier entstehen Motoren in Großserienfertigung für Standheizungen, Getriebe, Jalousien. Mechanik ist hier die Grundlage. Die Verbundausbildung war eine Idee, die beide Firmen interessanter machen sollte. Der wird dann praktisch da in das Lagerschild eingepresst. Da merkt man schon auch, dass durch die Kooperation auch die Auszubildenden von beiden Unternehmen auch gar nicht mehr nur sich als Hektronik- oder Dunker-Azubis sehen, sondern nach außen hin als Hedu-Azubis. Und so reden sie auch mit ihren Freunden, so multiplizieren sie diese ganzen Informationen auch in die Öffentlichkeit. Das Konzept kämpft an gegen ein massives Problem, das beide haben. Hier auf dem Land, im Schwarzwald. Bonndorf liegt in Sichtweite der Schweizer Grenze. Da ist qualifizierter Nachwuchs Mangelware. Hey du, mach eine Lehre und kriege zwei. Das lockt und macht sich inzwischen auch für die Unternehmen bezahlt. Früher war Mechanik für die Elektroniker bei Hektronik nur Theorie. Heute stehen sie, wie Lukas Michelfelder, bei Dunker auch an der Fräsmaschine. Wertvolles Wissen, das ihm später auch in seiner Firma hilft. Wir haben in der Elektronik auch oft mit Gehäuse zu tun, wo die Elektronik nachher reinkommt. Somit können wir kleinere Sachen selber bearbeiten. Auch für Dunker sind die Vorteile klar. Durch die Kooperation bildet das Unternehmen heute eigene Elektroniker aus. Das gab es früher nicht. Das breite Wissen aus der Verbund-Ausbildung nutzt beiden Partnern. Da sehen wir als Unternehmen auch einen Mehrwert, dass wir praktisch auch unsere Mechaniker in die Elektronik schicken. Die können die Kleinigkeiten der Elektronik einfach im Werk auch anwenden, ohne dass man dort immer speziellen Elektroniker braucht. Die organisatorischen Abläufe stimmen die Ausbilder unbürokratisch ab. Je nachdem, welche Lehrwerkstatt gerade Möglichkeiten hat. Jenseits der Ausbildung bleiben die Unternehmen natürlich selbstständig. Aber die Motivation hat fusioniert. Wie beim Modell des Schokolagers, gebaut mit Mechanik- und Elektronikwissen. Schön, wenn man was Praktisches macht, was auch wirklich dann funktioniert. Also nicht irgendwie nur reine Theorie. Schokolade plus Technikbegeisterung – so macht Verbund-Ausbildung richtig Spaß. Schokolade plus Technikbegeisterung – so macht Verbund-Ausbildung. Schokolade plus Technikbegeisterung – so macht Verbund-Ausbildung.